Tausende Prozent Rendite mit Bitcoin und Co. Der Hype um Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährung ist groß. Durch die gewonnene Aufmerksamkeit fragen sich immer mehr, ob es sich überhaupt noch lohnt in diese Kryptowährung zu investieren. Oder ist es längst zu spät? Falls man investiert, was sollte man dabei beachten? Diese Fragen wollen wir heute einmal rational beantworten. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Talabox. Mein Name ist Bastian. Jeder von uns wird schnell hellhörig, wenn man Schlagzeilen liest wie Ein Schulabbrecher kaufte mit zwölf Jahren Bitcoins. Heute ist er Millionär. Viele fangen gleich an, von einem Leben im Reichtum zu träumen. Und genau diese laufen Gefahr, in das Netz sogenannter Scammer zu laufen. Die versprechen Renditen von 30 bis 40 Prozent pro Monat ist klar. Natürlich null Risiko, das versteht sich ganz von selbst. Und natürlich musst du keine Zeit aufwenden. Hier sollten bereits alle Alarmglocken klingeln. Allgemein, es gibt drei Arten von Anlegern bei Bitcoins und Co. Die ersten sind die, die Quick Money machen wollen, also schnelles Geld. Rein, raus und morgen ist man schon Millionär. Dann die sogenannten Believer, die langfristigen Investoren, die wirklich an die Technik hinten dran glauben und über mehrere Jahre anlegen wollen. Und dann gibt es die Trader bzw. Händler, die Liquidität im Markt schaffen. Hier handelt es sich meistens um Profis, die es sogar teilweise schaffen können, Kurse zu beeinflussen. Ja und genau diejenigen, die schnelles Geld verdienen wollen, sind es, die am Ende das meiste Geld verlieren. Darum sollte man sich eher hin zu einem Investor entwickeln, wenn man erfolgreich in Kryptowährungen investieren will. Denn die Neulänge verlassen sich schnell auf fragliche Empfehlungen aus Gruppen oder Förern. Das dort investierte Geld ist meistens sehr schnell weg, weil emotionale Entscheidungen getroffen wird und dann wirklich das Geld in Sand gesetzt wird. Man darf sich also nicht auf die Meinung anderer verlassen, denn am Ende bist du immer dein bester Anlageberater. Und niemand kann voraussagen, wo der Kurs morgen, übermorgen, in einer Woche oder in einem Jahr steht. Das wäre wie in eine Glaskugel zu schauen. Und es kann auch niemand zu 100% voraussagen, genau welche Kryptowährung am besten performen wird. Überlebt am Ende nur eine, zwei oder mehrere oder vielleicht gar keine Kryptowährung. Klar, Bitcoins haben den First Mover Advantage und damit stehen die Chancen zu überleben höher, aber das ist natürlich auch kein Garant dafür. Aber wo stehen wir denn zur Zeit mit den Kryptowährungen? Befinden wir uns noch ganz am Anfang in den Kinderschuhen oder haben wir den Massenmarkt schon erreicht? Ganz toll lässt sich das dann mit dem Konzept Diffusion of Innovation erklären, was auf Deutsch so viel heißt Kreislauf von Innovation. Dazu erstmal ein Beispiel von Apple. Als Apple das iPhone inventet hat, waren es am Anfang die Innovators, wirklich ganz neu auf dem Markt. Es war noch was ganz Besonderes. Es gab vielleicht noch die Blackberry. Und dann kamen die ersten Early Adopters, die das gesehen haben, die auch 300, 400, 500, 600 Euro für sowas ausgeben. Beziehungsweise auch für den Fernseher 2.000 Euro für den ersten Flachbildschirm ausgegeben haben, nur um sich was Besseres zu fühlen. Das sind quasi so die Vorreiter. Und dann kommt so langsam die erste Masse im Markt. Immer mehr interessieren sich dafür. Es wird massenmarktauglich. Man muss es haben, weil er Nachbars hat, um auch sich auch besser zu fühlen. Dann kommt natürlich irgendwann das Peak, wo quasi die Marktsättigung erreicht ist. Und dann kommt die Late Maturity, also wirklich noch die Letzten. Dann auch die Älteren, die Jüngeren, die dann alle mit dem Smartphone oder iPhone rumrennen. Und die Laggers ganz rechts sind die, die heute noch mit dem Nokia 3210 rumlaufen. Und für Bitcoin ist das natürlich sehr, sehr ähnlich. Ganz am Anfang 2008, 2009, die ersten Invaders, das wurde erfunden. Dann kommen die Early Adopters, die wirklich da ein bisschen Geld rein investiert haben, an die Sache glauben. Da sehen was Neues, was Ideologisches drin. Und nach und nach, immer mehr in den Zeitungen, kommt jetzt wirklich langsam die breite Masse im Markt. Und diese Schwelle hier, also insgesamt 16%, das ist wirklich, wo der Massenmarkt erreicht wird und richtiges Wachstum kommen kann. Also wenn die Akzeptanz jetzt wirklich steigt und man wirklich unüber damit bezahlen könnte, wird es natürlich nochmal ein enormer Schub für den Kurs und auch für alle anderen Kryptowährungen. Bei Ethereum kann man sagen, okay, das ist noch wirklich Early Adopters, das ist ein bisschen besser, wie Bitcoin sagen viele. Es gibt diese Smart Contracts und dann natürlich gibt es die ganz neuen anderen wie Dash, Monero, die immer irgendwas Neues haben. Aber da sind natürlich erstmal die Entwickler, die Innovators. Und da müssen jetzt natürlich Early Adopters gefunden werden, die das Ganze nutzen, weiterentwickeln, in die Welt spreaden sozusagen. Und wenn man diese 16% Grenze im Groben jetzt mal nicht erreicht, dann wird das nicht Massenmarkt tauglich und irgendwann wird das wahrscheinlich vom Markt verschinden. Deswegen, hier muss man wirklich den Point of No Return erreichen, damit das Ganze ein Massenmarkt wird und dann wirklich die Stein nach oben geht. Aber jetzt können wir uns mal anschauen, welche Faktoren sprechen denn für und gegen diese ganzen Kryptowährungen. Also zunächst einmal, was spricht für diese Kryptowährung? Zunächst einmal, in politischen, unsicheren Zeiten suchen viele eine Absicherung ihres Eigentums. Zum Beispiel in China ist das heute schon der Fall, weil die Leute versuchen natürlich, ihr Geld möglichst zu sichern, beziehungsweise aus dem Markt rauszuholen. Und damit hat man bei dem Bitcoin natürlich eine gewisse finanzielle Absicherung. Dann aber auch die wachsende Globalisierung. Machen diese Kryptowährungen natürlich das Ganze nochmal schneller, sicherer und günstiger als der normale Bargeldverkehr. Gerade durch diese Transaktionen kann das Ganze natürlich international günstiger und schneller gemacht werden. Es kann alte Strukturen aufbrechen durch diese Smart Contracts, wodurch Firmen wie Airbnb oder Uber überflüssig werden. Man kann seine eigenen Daten bestimmen und so weiter und so fort. Also es hat viele Vorteile, nicht nur die Währungen an sich, sondern auch das System der Blockchain dahinter. Dann bietet es natürlich auch eine alternative Krisenwährung, so wie Gold oder Silber. Zum einen Teil ist natürlich der Bitcoin auch begrenzt, was wie mit dem Gold auch der Fall ist oder Silber. Und die Lagerkosten sind aber noch günstiger als bei den Rohstoffen. Dort muss man nämlich hohe Lagerkosten zahlen. Das hat man bei diesen Kryptowährungen nicht so. Und dadurch ist das natürlich günstiger. Also es wäre ein guter Ersatz wirklich. Gut ist auch, dass das Ganze sich sehr unterschiedlich zu anderen Assetklassen wie Aktien zum Beispiel bewegt. Aber auch das steigende Interesse führt natürlich zu mehr Wissen der Leute. Mehr Wissen zu Akzeptanz natürlich bei den Leuten, aber eventuell auch bei der Regierung. Und die machen das Ganze legal. Dadurch steigt insgesamt das Interesse, da spült mehr Geld in den Markt, das natürlich die Nachfrage erhöht und damit der Preis steigt. Also wenn man früh mit dabei ist, kann man auch am meisten damit profitieren. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die gegen das Ganze sprechen. Klar, die Regierungen wollen in gewissem Maßen die Kontrolle über das Geld haben, weil dadurch können sie natürlich ihre Schulden schön drücken. Wenn sie die Inflation hochhalten, dann müssen sie weniger Geld quasi zurückzahlen und entwerten ihre Schulden. Aber wie macht man das? Die Kontrolle kann man schlecht aufhalten. Man kann das Ganze manipulieren vielleicht irgendwie. Man kann das Ganze versuchen einfach nicht zu legalisieren, beziehungsweise sogar kriminalisieren, wie man in China das Ganze versucht. Weil natürlich sehr viel Geld abgezogen wird. Dann ein Problem könnte dann natürlich die fehlende Akzeptanz und das Vertrauen der Leute sagen. Die sagen, das ist für mich so völlig entkoppelt von der ganzen Realität und welchen genauen Gegenwert hat es denn? Also die Meinung in den Köpfen umzudrehen wird sehr schwierig. Das wird dann wahrscheinlich eher wieder eine Generationenfrage sein, wie die Jungen damit aufwachsen, ob für die das völlig normal ist, mit diesen Währungen zu bezahlen. Oder ob die von ihren Eltern eingetrichtert bekommen, dass es etwas Schlechtes ist, dass es etwas Schlechtes. Denn die Meinung von Leuten umzudrehen ist viel schwieriger als eine neue zu bilden. Und dann natürlich die Gefahr, dass es keine Zentralisierung mehr gibt. Dass es vielleicht irgendwann so große Player im Markt gibt, die sich untereinander absprechen und dann wirklich den Kurs beeinflussen können. Oder dass irgendwelche Updates zu Fehler führen. Ob die positiven oder negativen Einschätzungen realistisch sind, wird natürlich nur die Zeit zeigen können. Interessant ist jedoch, dass anerkannte Größen wie Bill Gates sich für diese Kryptowährung aussprechen. Und das World Economic Forum prognostiziert, dass 2025 10% der weltweiten Wirtschaftsschöpfung über Blockchain abgewickelt werden. Das entspricht also ungefähr 8 Billionen. Das wäre fast eine Verhundertfachung nach heutigem Stand. Also aus 1000 Euro Investment würden zum Beispiel 100.000 Euro werden. Soweit die Theorie natürlich immer. Aber für wen eignen sich diese Kryptowährung jetzt überhaupt? Sollte jeder investieren oder vielleicht sollte man das auch nicht tun? Für wen eignet sich diese Kryptowährung? Wenn du das Ganze nur als Spielgeld siehst und der Verlust würde dich nicht tangieren, dann spricht das eher für dich. Setzt du wirklich auf die langfristige Entwicklung oder die Technologie und willst vom Wachstum profitieren und hast nicht vor, schnell reich zu werden, also bringst Zeit mit, dann ist es natürlich eher ein besserer Punkt. Und natürlich auch, wenn du Emotionen unter Kontrolle hast, also sprich ein Verlust von 10, 20, 30, 50% und mehr, wirft dich nicht aus der Bahn. Du musst nicht alle 15 Minuten auf den Chart schauen und die Kurse checken oder kannst gar nicht mehr ruhig schlafen. Aber du solltest ein Investment auch lieber sein lassen, wenn du das Ganze wirklich als puren Vermögensaufbau siehst. Also 100% deines Geld steckst du in diese Kryptowährung mit der Hoffnung, schnell reich zu sein. Das hat natürlich sehr hohe Risiken und einen sehr großen Schwankungsradius. Also du solltest nur einen kleinen Teil deines Vermögens dort investieren. 5 bis 10 sind ein guter Richtwert für den Anfang, natürlich keine Empfehlung, aber ein Tisch steht besser auf vier Beinen als nur auf einen. Sprich, wenn der wegbricht, fällt der ganze Tisch um, beziehungsweise steht vielleicht überhaupt nicht mal. Ja, wenn du eher der Zocker bist und Gameler und Spekulant, dann wirst du wahrscheinlich sehr schnell hier dein Geld verlieren und verbraten. Aber auch, wenn du Verlustängste hast und Panikverkauf machen würdest. Also du kaufst zum Beispiel an einem Tag, dann bricht das Ganze 10% ein und dann am nächsten Tag fragst du in irgendeinem Forum, ah, was soll ich jetzt machen, soll ich verkaufen und dann schon nicht mehr ruhig schlafen kannst und dann gleich wieder verkaufen würdest. Da musst du dich fragen, warum habe ich im ersten Moment einen Tag davor überhaupt denn gekauft? Ja, und am Ende muss jeder selbst abwägen, ob er in diese Kryptowährung investieren will und wie er die Entwicklung einschätzt. Mit den folgenden Fragen kannst du ein wenig abschätzen, ob die Kryptowährungen für dich geeignet sind oder du lieber die Finger davon lassen solltest. Also frag dich, wie reagierst du, wenn du 50% deines Investments innerhalb weniger Tage verlierst? Bist du tiefenentspannt und musst nicht alle 2 Minuten ins Depot schauen und verkaufst direkt alles? Dann ist es sehr gut, dann bist du emotional gelassen. Falls nicht, bist du auf jeden Fall emotional nicht dafür gefestigt. Wie viel deines Kapital würdest du in Kryptowährungen investieren? Sagst du, ich würde 80, 90, 100% investieren? Dann bist du wahrscheinlich zu gierig und hast das ganze System von Investieren noch nicht verstanden. Denn reich wird man und bleibt man nicht durch eine einzige Investition, sondern durch eine gute Portfoliodiversifikation. Und würdest du dich nur auf die Meinung von Experten verlassen? Sagst du, ja, die Expertenmeinungen sind mir sehr wichtig und was die sagen, mache ich auf jeden Fall. Dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Sagst du aber, okay, ich höre mir das an, evaluiere das, adaptiere das auf mich und bilde mir dann meine eigene Meinung. Dann ist es natürlich besser. Also du merkst, du kannst relativ einfach mit ein paar Fragen feststellen, ob das Ganze was für dich ist oder ob du wirklich die Finger davon lässt. Also mein Fazit und praktische Tipps zum Ende. Das Ganze ist sehr neu und innovativ und es ist ein steigendes Interesse auf jeden Fall im Markt und wir erreichen langsam wirklich den Massenmarkt. Für mich sind Bitcoins aber trotzdem ein sehr spekulatives Investment, vergleichbar mit Crowdfunding, also sehr hohen Schwankungen bis hin zum Totalverlust. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein hohes Potenzial. Wenn du über mehrere Jahre wirklich still sitzen kannst. Deswegen solltest du nur sogenannte Spiegel investieren. Was du wirklich gewillt bist, auch zu verlieren. Ein kleiner psychologischer Trick von Tim Ferriss. Man schreibt das Geld in Gedanken schon als verloren ab, dann machen Gewinne natürlich doppelt so viel Spaß. Also heute kann noch niemand sagen, wie Kryptowährungen sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Dennoch denke ich, dass diese Blockchain-Technologie hinter den ganzen Kryptowährungen irgendwie Bestand haben wird und wir natürlich von dem Wachstum profitieren können. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg und die digitalen Währungen müssen zunächst das Vertrauen der User gewinnen, so wie das bestehende Systeme bereits schon haben, wie die Währung Euro oder Dollar. Zum Schluss ein schöner Spruch, der sehr gut zu dem Thema, wie ich finde, passt. Wer investiert, der kann verlieren, aber wer nicht investiert, der kann niemals gewinnen. Also jetzt solltest du entscheiden können, ob Kryptowährungen etwas für dich sind oder lieber nicht. Wenn du wissen willst, wo du Kryptowährungen sicher und seriös kaufen kannst, dann verlinke ich dir oben rechts in der Infokarte und unten in der Beschreibung einige Plattformen dazu. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, weil es mich motiviert, mehr guten Content für euch zu produzieren. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen oder Probleme bei dem Thema hast, komm gerne in unsere Community und stell dort deine Fragen. Den Link dazu auch unten in der Beschreibung. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis dahin, endest smart statt hart und bis nächste Woche Sonntag.